Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Substance mit mir den Kamin und wir sehen, ich hab ne ziemlich klare Nacht, dabei ist noch niemal voll Mond. Krass. Äh, was liegt an? Also erstmal würde ich gerne mal ein bisschen gießen. Äh, ja okay, das sieht grad nicht so gut aus, dann kann ich gleich mal wieder ein bisschen Wasser holen. Äh, denn ist heute dran, Schlüssel machen, denn wir haben ja letztes Mal alles aufgebraucht. Und, äh, Flaschen, Looten und haltet übliche, ne, Kristalle sammeln und, naja. Mal gucken, wie weit wir kommen. Dazu, sag mal, ich hab doch hier auch noch ein paar leere Flaschen, kann ich nur kurz, ach übrigens, äh, das steht schon, nur, ich hab noch kein Regal gemacht. Dazu bräuchte ich mich Holz. So, und ich glaube mir fehlt, hat jeden Brett gefehlt, ne? Ich glaube, da war eh ein Brett, was die vierte hat. Ich glaube, ich brauch nämlich fünfe. Genau. Das heißt, ich muss nochmal kurz Holz holen. Ja, zum Glück. Der Mond funzelt uns den Weg. Er ist ein Bär. Macht das nicht so schwer, du kleiner Kackabär. Äh, äh, ja. Und dann gucken wir mal, ob wir noch was unterwegs sind und so, mit dem Dietrich. Wir lassen es ganz einfach auf uns zukommen. Also halt wie immer. So, dann kann ich nämlich gleich mal die Flaschen da oben lagern. Deswegen mach ich ja die ganze Schuße. Betiegt mir nämlich ein kleines bisschen auf den Kranz. Oh, mein Gäste, es ist weh. Mach die Brotung bloß eins. Na gut. Ich bin ins Reserve. Aber dafür, dass es hier ja kein Vollmond heute ist, ist es ganz schön hell. Finde ich cool. So. Na gut. Den Rest des Häusers. Warst du schon vorher hier? Ich hab dich ja nie gesehen. Oh, Bolle. Yes. Yes, ich kann. Äh. Ich muss. Wo ist denn der jetzt hin? Na, Teddy? Ich muss mal kurz stören. Ich brauch das ja, wisst du? Äh, wisst du? Du brauchst das nicht, aber ich hab. So, dann kann ich mit die Flaschen da... Oh, mein Gott. Alarm! Ich hab da unten das Ding an. Mach an! Warum hier kein Strom? Was soll denn das? Kommt doch Strom rin. Was willst du? Achso, ich hatte das an, wa? Ja, ich bin dumm. Ich hatte die ganze Zeit an. Durchaus möglich. Alter, zum Glück ist es noch nie Tag gewesen, dass ich los hieran bin. Werden tun. Sollen. Müssen. Dit wär doof. Darin. So. Ich tu mal so. Jetzt brauch ich mal... Was soll denn der da? Bleib an! Knarzt! Hör dich, lass mal ein paar Sekunden aus. Dit wird ja nicht gleich alle feiern mit... Oh, mein Gott. Wir werden alle sterben. Und? Warte, na okay. Dit ja ein bisschen Strom rin, aber... Mach ich mal kurz so. Not ist an, Mann. So. Jetzt bleib an, du kackt Ding. Jut, dit wird aber auch Tag. Wird doch langsam Zeit. So. Äh. Kiste. Es wird hell. Dit heißt, dit gibt gleich Stroh oben. Für die brauchte ich eigentlich acht Kristalle, ne? Achte Waren, dit. Also Prodings. Genau. Dit ist ja kackeis, dit. Obwohl, dit kann ich nur machen. Die Verbesserung kann man... Äh, Verbesserung kann man nämlich noch nicht. Gib her. Naja. So. Dit. Und warum ruckelst du gerade? Muss dit so sein? Kannst dit mal bitte sein lassen, Spiel? Du hast ja keinen Grund zum Ruckeln. Uiuiuiui. So. Ja, nee, ist klar. Na ja. Wie ihr sagt. Warte, nee, komm, was hast du denn, Biene? So, jetzt warten wir bloß noch auf den Strom, wa? Ah, halt voll. Ah, alle voll. Verdammt nochmal, halt voll. Na gut, später. Uiuiui. Beine überziehe hinaus. So, jetzt, äh, Strom. Mach mal hinne. Ich brauch 20. Ist nicht mehr viel. Schaffste schon. So, ein bisschen drüber. Das fand ich gleich wieder im Kühlschrank raus und so. Schnicke. Muss ich zwar jetzt den Barren wieder hinzufügen. Aber das ist so, wie das war. Da machst du erstmal nichts. Stimmt. So. Er kam, er sah, er kistete. Äh, ja, schön, dass ich jetzt die Maschine hier zu stehen hab. Aber wir sind ja nie doof. So nie doofer als sonst. Äh, das ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Äh, ne, okay, das ist Kabin gerade. Ist das da? Das machen wir nochmal. Mal. Sonst krieg ich Komplexe. So, ein bisschen rüber. Einen Tick. So. Na, das war zu viel. Noch, ne, zu viel. Na, ist nicht schick, aber das muss erstmal reichen. So. Raus mit euch. Das kommt darin. 3, 12, 37. So. Schnicke. So, äh, Satju. Da haben wir das. Das kommt darin. Dann könnte ich doch rein theoretisch praktisch minimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. 6 Felder. 6 Flaschen. Alle dude. Dann mach ich mich immer eh mal bloß eine Wassertour und dann ist halt voll. Irgendwann. Jetzt spart uns das Laufen. Cool wäre, wenn du irgendwann hier nochmal so eine Wasserleitung bauen könntest. Na, was? Eine Klimaanlage kannst du bauen, einen Ofen kannst du bauen, aber einen Wasserhahn nicht, oder was? Und ich hab schon Willa den Hammer vergessen. Na, wie hab ich immer so gerne gesagt? Oder so oft. Warte, nee, Kopfhörs hast du eine Biene. Na los, komm. ZZ. Ziemlich zügig. Die essen seid ich. Ach, nun komm. Und außerdem hab ich Hunger. Mach mal hin. Da hab ich mich um ihn verzählt. Na, nee. Ich hätte ja auch keine mehr machen können, weil ich hab ja keinen Stoff mehr. Äh, keinen. Schnürschen. Okay. So. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal Willa ein bisschen Wasser. Bei der nächsten Tour machen wir die nächsten. Klaschen. Und dann auffüllen, bis die Kiste voll ist. Und das muss dann erstmal reichen. Wenn du die Kiste dann fertig hast mit voll, äh, mit Wasser ist voll. Und so. Ja, ja. Das wird dann schon reichen. Ich brauch hier einen Vorstuhl. Einen Vorstuhl. Du kriegst einen Knick in der Optik. Lauf, Ores. Lauf. Oh, da ist, äh, Herz. Herz, das war. Äh, wie hieß. Boink. So. Ähm. Ich bräuchte ja eigentlich. Warte mal. Du kannst jetzt eigentlich wieder aus. Müsste ja hier noch Strom rin kommen. Hier kommen sein. 300. Ich knackt. So, dann kannst du erst. Ja, komm. Das wird schon reichen. Ich lass dich mal an. Ihr kommt zurück. Alles verjammelt. Nee, mach das erst an, wenn wir abhauen. Ich glaub, das ist ein guter Kompromiss. So, dann kommst du wieder rin. Dann muss ich das nachproduzieren. Das ist aber kein Problem. Das kriegen wir schon hin. So. Erstmal Flaschen loswerden. So. Dann ist das gut. Dann mach ich hier immer nochmal knusper Gnase. Oh, immer Fleisch müssen wir uns noch besorgen. Aber das kriegen wir schon hin. Das ist alles ja kein Problem. Oh, jetzt brauch ich wieder Schnur. Mein Gott. Schnur. Komm mal kurz her. Ich brauch dich. Ich hab jetzt gerade überlegt. Der Einzelne, der jetzt nicht wegrennen tut, ist der Bär. Ich bin hier. Achso. Der kommt ja nicht raus. Gut, jetzt muss ich das aber hundertprozentig reparieren. Aber ich hab jetzt erst mal Fleisch. Ne Leber. Na gut, ich muss die fressen. Heute gibt's mal Leber. Eigentlich ist das ja, wie gesagt, das bräuchte ich eigentlich für meinen Heiltrank. Immer noch, ne. Was ist denn hier los? Mach mal hin. Ja, dann wird da auch noch ein Stein an Holz. Da ist eine Kiste. Und da waren Fliegen geladen. Und vielleicht ist ja, da war zum Essen drin. Oh, Eisen. Ich brauch dich. Und da ist noch mehr Eisen. 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 Na gut, ich sag mal so. Es waren zweier Bär. Der schluckt schon ganz schöne. Du durfst ihn nicht unterschätzen, ne? Und da ist der nächste Bär. Das ist ein Einer Bär. Gut, aber ich muss das erst mal reparieren. Und dann kann ich überlegen. Oh, da ist die Post. Pünktlich auf der Uhr. Hier in diesem Spiel. Da kannst du nichts sagen. Muss ich jetzt dann da herrennen? Scheint schon. Na, das ist ja ekelhaft. Ui, ui, ui. Und gleich steht Hürden mit rausgepustet, oder was? Mach mal kurz hier. Gehen hoch leer. Oh mein Gott, warum hab ich jetzt nicht einfach gleich den Hammer mit runtergenommen? Muss ich ja nochmal laufen. So, ich nehm mal den Hammer in die Hand. Und das klingt schwierig. Warte mal kurz. Lass mal kurz die Maus richten. Gut. Hossa. So, gerichtet. Repair. Blöder Bär. Und hätte ich das eher zur Eisen hochgewertet, hätte ich das jetzt reparieren müssen. Eisentechnischerweise und das wäre blöd. Jut, ich hatte so oder so durch. Hoffe. Sie haben kein Holz. Mi, 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 mi. Mein, ich wollte schon lange unterwegs sein. Aber ihr sehtet ja. Da kommt immer was dazwischen. Nun los. Ich hab hier aus dem Augenwinkel eine Kiste gesehen gehabt. Wo ist die hin? Hier war eine Kiste. Hier war eine Kiste. Ich hab sie mir nicht eingebildet. Und sie ist weg. Oder beziehungsweise ich seh sie nicht. Ich hab sie von hier gesehen gehabt. Hm. Na gut. War auch dumm von mir. Weil wie gesagt, Kiste bluten schnell. Weil Baum, der verschwindet nicht. Der ist immer denn da. Also, looten ist eigentlich immer eher so wichtiger. Als die Holzbeschaffung. Ah, gut. Egal. Wie gesagt, wo die Kiste herkommt, gibt es noch viel mehr. Das kriegen wir schon hin. Aber wird das jetzt grad neblig? Ich glaub erst mal ja. So. Dann dürfte ja eigentlich in der Zwischenzeit Strom und alle zu da sein. Können wir gleich die nächste Flasche machen. Gehen sie bitte in die Knie hin. Danke. Äh, Knie. Danke. Oh. Und ihn. Einer geht noch. Oh, das will ich auch mal gleich reparieren. Wenn ich schon mal hier bin. Und ich lass ihn, haben wir mal in der Tasche. Vielleicht denk ich ja nächstes Mal, wenn ich da hochkomme, dass ich das da unten hochrepariere. So. Was los? Aha. Ah, siehst du? Eins, zwei. Jetzt sind die Novela zwei Stück. Wenn wir zurückkommen, können wir tauchen. Genau. So sieht Klaus. Wie gesagt. Oder Klaus, der war blind. So, ich nehme Willa drei Flaschen mit. Und warum hab ich die Flaschen noch in der Tasche? Ich weiß es nicht. So. So, so. Jetzt sieht natürlich das alte Spiel wieder los. Sortieren. Sortieren und sich wohlfühlen. Ja, wirklich nie. Hab ich aber eh ins vier Stück, ne? Den kannst du gleich mal hier mit drin schmeißen. Nee. Raus. Den Rind. so. So. Oben ist. Na komm. So. Wir sind fast weg. Na, jetzt hast du schon die ganze Zeit, Junge. Was soll ich denn machen? Soll ich denn mit vollem Inventar losgehen? Soll das so aussehen? So, das muss ich mitnehmen. Das bleibt hier. Das kommt mit. Das kommt mit. Ich lass mal den Boomstick hier. Jo. Die Pistole muss reichen. 26 Schuss. Was willst du mehr? Mehr als oder? Fall mir jetzt die Sachen ein. Aber hey. Moment mal. Das nehme ich. Äh. Hälfte mit. Äh. Hälfte. Hälfte. Halbieren. Halbieren heißt Hälfte. Genau. Dann kann ich mir die Sticks herstellen. Und dann kann ich mir auch so ein Feuer machen. Also alles gut. So. Wasser hab ich gegeben. Äh. Jetzt geht mal nochmal. Wir wissen ja, warum das ausgehangen ist. Aber ich glaube, das müssen jetzt ja nicht das Ding einschalten. Siehste? Da ist es auch schon fertig. Nein. Geht doch. Es geht doch. So. Jetzt holen wir nochmal. Hier der Wasser raus. Schmeißen die nächste Ladung drin. So. Schmeißen die andere Flasche wieder zurück. Und dann nochmal los. Nee. Dietrich. Mensch. Da ist bestimmt schon. Äh. Sag mal. Ist der bescheuert? Wollte der den nicht nicht Dietrich machen? Ja. Und da ist nämlich das Problem. Ich brauche nämlich 18 Eisen. Ja. Fragmente. Und ich habe. Achte. Zehn Stück fehlen uns. Aber ich kann schon mal das hochholen und das einschmelzen lassen. Dann können wir nächstes Mal ein Dietrich machen. Und dann bei der nächsten Tour. Wie gesagt. Wir haben ja jetzt alle drauf gewertet. Und das muss ja jetzt knacken muss. Zwei Stück. Alter. Und wie das knacken tut. Ich höre gerade auch knacken. Im Kopf. War die beste Investition, Mensch. Junge, Junge. Ich sagte euch. Ich bin jetzt an überlegen. Ach, wieso? Scheiß du. Ich werde jetzt eine Tauchflasche. Wir werden jetzt nie. Also wir werden schon looten. Aber wir werden mit anderen looten. Ich habe die Schnauze voll. Oh. Zwei hier da. Gehen in Sinn. Heller von Sinn. So. Ich brauche Kristalle. Und wenn ihr das habt, dann können wir spazieren. Dann kann ich mir nämlich auch irgendwann mal ein Dietrich machen. Arschbombe. So, dann könnte ich ja eigentlich schon mal die eine Flasche leer machen. Als ich irgendwann sehe. Zum Bleistift da unten. Hä? Ach so. Ist noch ja nie angelegt. Jetzt ist an. Hey, warum nimmt denn die neue Flasche? Und nicht die alte? Sag mal, ist der total knarzverrückt? Warum macht er denn das? Ach, wahrscheinlich, weil die vorne ist, wa? Ich blub, aber das ist jetzt zu spät. Ne, jetzt macht er das. Tatsache. Blub, 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 blub. Blub und weg, Ware. So, warte mal, ich hole mal hier die Pickel kaputt. Im besten Fall. Na gut, jetzt habe ich schon die nächste Flasche angefangen. Kleber. Na gut, ich habe ja genug Sauerstoff, das ist nicht das Problem. So, wir müssen da rüber. Und dann runter. Das kriegen wir doch hin, Mensch. So, ich hoffe mal, dass heute ein bisschen mehr kriegt... Sag mal, doch, eine Axt hat mir bei, diesmal wegen... Falls Batman will er angreifen, tut, dann zeig ihm gleich, wo der Hammer hin. Kriegt er ihn dazwischen den Ohren und dann gibt er heute Fledermaus leichter. Obwohl das ja nicht so gut ist. Haben wir ja erlernt, ne? Das ist, äh... Aber ich kann mir nicht vorstellen, was du mit der Flieger noch was machen sollst. So, ab nach unten. Sag mal, kann ich doch eigentlich... Äh... Aber ganz schnell den Ohren raus... Äh... Aus der Sicht. Ich kenn mich doch. Ich steck mich doch im Mund. Musik hier rum. Und da vorne ist der Eingang. Da ist er. Und will er gefunden. Aber wie gesagt, wenn du hier sterben tust, bist du doch am Arsch, oder? Weil wie gesagt... Das Zeug ist dann Futsch... Äh... Futsch... Welch? Futschi Kato. Aber wir haben ja noch Flaschen mit bei. Krass werdet ihr jetzt also richtig böse, wenn die jetzt hier vor uns stehen. Aha, wir haben es letztes Mal mitgekriegt. Wir wollten dir bloß die Zeit lassen. Die sind wirklich hier vorne. Der ist hier vorne. Oder die sind hier vorne. Na, das gefällt mir ja überhaupt nicht. Gut, da müssen wir ein bisschen umdisponieren. Aber... Ich werde es schaffen, den Außenweg zu gehen. Ihr seid Pazifist. Irgendwie. Ich versuch mal... Mal kicken. Ja, das ist... Kaputt! Und sehr, sehr laut. Und ich hab da gerade gesehen... Moment mal. Der war doch vorher nicht da, oder? Ich höre Batman. Hä? Ist das dein Ernst? Du spinnst wohl. Na, das... Das fängt schon mal gut an. Das sag ich euch. Ich hab da bloß flattern gehört. Wie du bist, du wirst dich. Na gut. Das ist nicht clever. Ich seh mich auch gerade. Ich bin natürlich hungrig durch die Gegend. Piesig hier. Na gut. Das wird ein kurzer Loot vergnügen. Oh, Pizza! Kommst mit. Also, wie gesagt. Wir sind hier wegen Kristalle. Hallo! Kristall! Bist du da? Warum muss ich dich eigentlich suchen? Was war das eben? Ich hab da irgendwas... Achso, da ist... Äh... Na gut. Na gut. Aber das heißt eben halt, dass die hoch wandern. Und wenn die wandern, ist das doof. Dann kann das wirklich mal sein, dass wir hier... ...rinkommen in der Höhle und dann stehen sie vor uns. Oder wie? Oder wie soll ich das verstehen? Durchaus möglich, ne? Ganz, ganz langsam. Hier ist nämlich nicht, wo die noch rumgräbeln. Und wie gesagt... Die können mich mal. Ja, siehste. Phosphor. Ich gucke jetzt echt... Äh... ...wirklich in die Knie. Aber das wäre ja wirklich mal interessant zu wissen... ...wenn die uns jetzt hinterherrennen... ...ins Wasser, ob die hinterher tauchen... ...und das ohne Flasche und dann... ...opsien. Das könnte mich interessieren. Also könnte nicht, das würde mich interessieren. Oder ist kein Kristall? ...Kristall? Ich bin doch jetzt nicht wegen dem Kristall hierher gekommen. Ah, da ist noch einer. Ich habe gedacht, ich habe etwas gehört. Ich habe gedacht, ich habe etwas gehört. Dann waren das bloß meine eigenen Tapsen. Ja, da oben waren ja auch nur welche... ...äso, Kristalle. Ja, wie gesagt, letztes Mal waren sie hier hinten gewesen. Irgendwo da unten. ...und das ist bloß eine Textur. Schade. Ich habe da gedacht, da ist da irgendwas. Aber da ist ja nichts. Da hinten ist ein Kristall. Ich habe dich hier gesehen. Junge, nee. Und da ist noch einer. Und wie ich dich will. Darauf kannst du aber ihn lassen. Wir hatten letztes Mal ungefähr 18, ne? 15 haben wir jetzt ja schon. So, ein Bannermann. Oh, da ist ein Licht. Die fällt mir überhaupt nicht. Was hat der nun? Schon will er, Batman. Was soll denn, Nette? Geh weg. Was ist der denn? Ey, ich bin der beste Schütze der Welt. Wo ist er denn nun? Verkackt, Alter, bei Level 1. Genau. Greif den an. Jetzt liegt er da lang. Aber bloß eh mal ein bisschen unter Wart oder wat? So, warte mal. Der ist da. Hm. Das ist mir alles ein bisschen spanisch. Ey, die waren ja hier unten gewesen. Warum sind die jetzt hier oben? Sind hier mehrere Parteien drin? Ah, also unterschiedlich, Kristalle. Ah, da ist gerade Kohle gespawnd. Wenn ich den richtig gesehen hab. Nimm ich natürlich mit. Oder ich hab die von mir einfach bloß nie gesehen. Das ist natürlich auch möglich. So, habe dich. Also, Bandage nächstes Mal mitnehmen. Also, ich hab ja hier noch mit bei, aber... Nicht nur wegen das rumballern. Wegen die Mänze auch. Ich frage es, wie schnell spawren die Kristalle nach. Bringt das was, wenn ich jetzt hier warte und dann so... Hm. Ja, wie gesagt. Das Dumme, wie gesagt, ist ja jetzt... Ich hab ja auch keine Ausdauer. Also, wenn was sein sollte, wegrennen ist nie. So, hier ist nischt. Ach, tauchen. Da ist ein Kristall gespawnd. Warte. Bitte geh nicht. Ich brauch dich doch. So, frischen tippen, tappen. Äh, tappen, tippen. Warte, wenn die jetzt hier rumballern. Da das hier so schön schallen tut, die kackt mir in die Hose. Also, nischt neuet. So, 18 Kristalle müssten wir jetzt will haben, ne? Genauso wie letzte Mal. Ja, wie gesagt. Hätte mal was zum Essen? Hätte ich da irgendwas flattern gehört? Hätte ich jetzt... Oh, ich muss es unbedingt was essen. Jetzt sieht überhaupt nie gut aus. Na gut, der Pilz ist gleich weg. Aber ich kann... Gut, dass ich den jetzt so roh essen konnte. Alter, so, ja, das ist runter. Krass. 18. Na gut, okay. I'll be back. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder runter. Die Frage ist, wo? Da vorne. Lass mir durch, ich bin Arzt. Das ist der nächste Kristall. Du wirst mich verarschen. Ich kann die doch nicht stehen lassen. Oh, wo ich das sollte? Ja, wie gesagt. Da ist das Loch. Da muss ich hin. Das ist alles kein Problem. Haha. Hab dich. Arschrumpe. Ihr kriegt mich nicht. Also, hoff ich doch. So, wir haben für die nächste Aufwertung Kristalle. Das ist schon mal gut. Dann können wir unser... Unser Stromproktivität... Ist genau das richtige Wort? Proktivität? Äh, steiern. Und damit auch mehr produzieren. Oder besser produzieren. Oder durchgehend produzieren. Das wäre auch mal was Schönes, oder? Ich glaube ja. Warum hänge ich denn jetzt hier fest? Mach mal so weit nicht. Alter, das ist schon wieder dunkel, wa? Es ist nah hart. Das heißt, ich werde die restlichen Flaschen nicht verbrauchen. Wie gesagt, ungefähr vier Stück. In der Kabin bis raus an Flaschen. Dann kommst du gut hin. Hä? Wie weit die sind da oben? Ich wollte gerade sagen. Es ist voll Mond. Was geil wäre. Also krass in der Hinsicht wäre ja... Wenn man die Base raiden tut. Und dann ist ein Gang nach unten in die Höhe. Ich weiß, das ist nicht möglich. Weil ich gebe da keinen Mining. In der Hinsicht. Es wäre aber geil. Quasi, das ist dann quasi da, wo sie nach unten kommt. Aber dann müsste die Base hier drüben sein. Naja. Es sei denn, die hätten sich durchgebaut. Na gut, haben wir wenigstens in dieser Folge geschafft, äh... Kristalle zu farmen. Und gleich die Treppe da vorne zu reparieren. Habe ich da Holz mit bei? Ja, ich habe Holz mit bei. Habe ich Nähe mit bei? Gut, bei nächstem Mal werden wir die Treppe vorne reparieren. Ich guck, du brauchst nämlich Hochbretter... Äh, Nähe dazu. Na ja. Ist okay, ein Paket hier. Alter, wir sind schon wieder bei 37 Minuten. Wo, verdammt normal, ist die Zeit hier in diesen Spielen? Na gut, ich lasse mir aber auch Zeit, wa? Also richtig Zeit. Verdammt normal, ist der Kabel in sich Zeit. Ne, ich genieße es aber auch. Ja, da habe ich mir gedacht. Fehlen uns Nägel. Na gut. Leute, ich mache dann erstmal Feierabend. Wir sehen uns morgen, will er. Mit einer Hand mehr voll Kristalle. Und dann müssen wir ein bisschen was essen. Und dann machen wir eine Tour. Und, ja, und dann gehen wir weiter. Also, bis dann. Ich bin dann erstmal raus. Tschüss.